Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Make-up Tutorial und zwar einem Make-up Tutorial in der Back-to-School-Edition. Ich dachte einfach mal, ich zeige euch, wie ich mein Make-up mache in 5 Minuten und welches man super easy und cool in der Schule tragen kann und ich finde, das sieht auch sehr schön aus. Und jetzt soll ich sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Tutorial. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war jetzt auch schon mein Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video fandet. Und ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum Sonntag. Ciao!